Das Modehaus Hartke aus Steinfeld und Hinnas Internationale Mode aus Lohne stimmen euch auf den Stoppelmarkt ein. Karussell fahren, Süßes naschen oder Freunde treffen. Was lässt sich auf dem Volksfest besonders gut tragen? Schaut rein und informiert euch in der neuen Ausgabe der Promenade am 29. Juli. Bis zum nächsten Mal.